Einen wunderschönen! Dann bin ich mal wieder euer Odin und ich habe vorher schon in Odinware shoppen gemacht bzw. Odinware einkaufen. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Tüten und drei Kartons. Da fangen wir mal mit dem kleinsten an. Ich war wieder fleißig bei Amazon unterwegs. Und da habe ich mir jetzt hier nochmal O-Ringe gekauft. Seht ihr das? Und dann nochmal. Das ist die gleiche Größe. Das packe ich mal aus, dass ich euch das zeigen kann. Und der eine oder andere, der das verfolgt mit Odinware shoppen, kommt öfters mal, dass ich die O-Ringe kaufe. Ich kaufe die auch mal beim gleichen. Für 5 Euro noch was für Stück. Ach Mensch. Wenn es auch rauskommen wollen würde, dann wäre das schon mal richtig klasse. Aber es will gerade nicht so, wie ich wohl will. Na komm doch. So, jetzt dann. Das sind diese. Oh, Stahl. Das sind Stahlohrringe. Auch nicht so groß. Die sind für meine Tochter. Die Dicke von denen sind, glaube ich, 4 Millimeter. Und der Durchmesser, was war das? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. 18? 14? Ich weiß es nicht genau. Ich habe das bei mir ja bei Amazon in meiner Liste drin, habe ich schon mal gekauft. Und dann sage ich einfach nochmal kaufen. Und da habe ich jetzt zwei gekauft, weil meine Tochter die O-Ringe gerne verbummelt. Und so habe ich dann einmal, was sie jetzt demnächst drin machen kann. Und immer auf Reserve. Muss man halt immer aufpassen. Dann habe ich hier, weil Spaß kostet, war ich mal wieder unterwegs bei Amazon. und habe mir da mal wieder was Schöne gegönnt. Ja, ich weiß jetzt schon, dass es dem einen oder anderen überhaupt nicht gefallen wird, weil sie sehr makaber ist. Aber mir hat es gefallen. Gut, die Front gefällt mir jetzt nicht so sehr. Also auf dem Bild sah sie halt so aus. Ich packe das mal so aus, dann könnt ihr das mal sehen. So. Odin statt Jesus. Ist ja so Standard eigentlich. Aber diesmal da mit zwei Raben und dem Christensymbol. Ja. Aber gut, da hätte man auch was anderes nehmen können. Also, naja. Die L sieht auch wieder ziemlich groß aus, muss ich sagen. Muss ich mal gucken, morgen werde ich es gleich anziehen. Fällt größer aus, als das andere, was ich bei Spaß kostet, geholt habe. Aber mir hat das Rückenbild gefallen. Und das ist halt ziemlich makaber, denke ich mal, für einen oder anderen. So mit dem verrotteten Jesus drauf. Und da musst du auf den Spruch gucken. Wo ist dein Gott jetzt? Oder? Ja, wo ist dein Gott jetzt? Ja, das würde ich mir auch wünschen, vielleicht vorne drauf zu haben. Ja. Also, ich habe das gesehen. Das gibt es auch als Achselshirt, als dünnen Pullover, als dicken Pullover, als Kapuzenpullover. Und ich werde mir garantiert auch noch ein Achselshirt und ein Pullover oder Kapuzenpullover bestellen. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Aber ich werde mir davon auf jeden Fall noch was bestellen. Ich finde die geil. So, dann haben wir hier noch zwei kleine. Da glaube ich, da ist eins für mich und eins für die Mutter mit dabei, weil das ist ziemlich schwer. Werden wir gleich sehen. Das musste ich mir auch bei NKD abholen, weil DPD mich nicht angetroffen hatte. Und ich ja unterschreiben musste. Und da habe ich auch dann von NKD in 25% Gutschein gekriegt. Die arbeiten irgendwie mit DPD da zusammen oder so. Ich habe dann so gesehen. War mir auch relativ real. Hauptsache Gutschein. Gutschein ist immer toll. Was haben wir denn hier alle drin? Da ist ja NK4 mit drin. So, Kaptong da hin. Ich packe den. Weil der ist auch schwer. Packe ich gleich mal alles mit innen aus. Weil ich glaube, hier ist eigentlich das gleiche drin. Fast das gleiche. Fast. So. Aber hier ist eine andere Sache mit bei. So. Und hier haben wir einmal wieder Drachenfrucht Litchi. Weil das jetzt fast alle bei mir. Das verbrauche ich auch regelmäßig. Aber Kaktusfeige liegt mir mehr. Ist auch leckerer. Und nicht nur mir. Ist doch so. Und hier haben wir irgendwie Gutscheine. Mit bei noch. MyBody. MyPoster. Doc Morris. MyToys. 15%. 5%. Also hier zweimal so. So Gutscheinkatalog waren. Äh. Coupons waren mit bei. Äh. Was ist denn das? Let's sell. Kabel. Kabel kann man auch nicht genug haben. Cat7. Okay. Teufel. Und. Quartfittery. Shopping für Männer. Ehrlich gesagt. Kenne ich das nicht mal. Kennt ihr denn Quartfittery? Ich kenn das nicht. Habe ich einen 20 Euro Gutschein. Ja das wird auch wieder so sein. Da musst du 50 Euro oder 100 Euro kurven. Um diesen 20 Euro Gutschein einzulösen. Teufel. Nochmal. Nochmal. Nochmal so mit Kabelei. War schon immer drinne. Bet. At. Home. Wetten Gutschein. Brauche ich nicht. Ich wette nicht. Wer wette der betruscht. Und die Rechnung. Ich habe dafür bezahlt für Drachenfrucht Litschi. 10 Euro 89. Auf so einem roten Blatt ist die Rechnung drauf. Nochmal Wetten. Haben sie alle doppelt drin gepackt. Nochmal Teufel. Und nochmal Quartdingsterbumster. Haben sie alle doppelt drin gepackt. Und hier. Hier ist alles normal. Immer wieder Wettgutschein. Quartfittery. Teufel. Hier ist aber irgendwas. Ne doch auch mit den Coupons. Und hier ist die Rechnung auf dem Blatt. Und da habe ich 11,35 Euro bezahlt. Und zwar für Blaubeere. Das habe ich für meine Mama bestellt. Blaubeere von Best Body. Die hat vorher Kirsche bestellt. Und das hat sie jetzt schon getestet. Und da ist sie sehr zufrieden mit. Und jetzt werde ich mir mit Blaubeere auch mal drei Wasserflaschen machen. Und mal gucken. Und dann nehme ich das morgen mit zu meiner Mutter. Wenn ich mein neues Auto anmelden werde. Und da kommt auch noch die nächsten Tage ein Video. Wo ich euch mein neues Auto vorstellen werde. Weil ich bin die letzten Tage. Echt Leute. Ich bin nur am hin und her rennen. Wegen dem neuen Auto. Weil da eigentlich geklärt werden musste. Da eigentlich musste an dem Auto neu gemacht werden. Mein Auto war ja kaputt. Und geht jetzt eigentlich relativ wieder. Und es ist einfach ziemlich stressig. Nervend auf Reihund. Und ich bin abends nach Hause gekommen. Ich hatte keinen Bock mehr irgendein Video zu machen. Irgendwas zu machen. Ich war einfach nur froh, dass ich sitzen konnte. Film gucken. Und relaxen. Ach, das ist das in dem großen. Okay. Das ist das. Ich habe eine Sporttasche für meine Tochter. Für nächstes Schuljahr bestellt. Weil der alte Sportbeutel, den kann man schon nicht mehr angucken. Da kannst du teilweise durchgucken. Der ist fast wie Papier. Und jetzt für die letzten paar Tage braucht sie den nicht mehr. Der wird dann halt sowieso wieder gefüllt. Weil sie brauchen wieder neue Sportklamotten. So. Und da habe ich jetzt so eine Sporttasche geholt. Hier. Die ist auch vom Stoff. Ist die, muss ich sagen, sehr robust. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die sich so wertig, so robust anfühlt. Und die ist jetzt so grau mit rosa. Da hat sie dann hier an der Seite halt Fach, wo sie vielleicht die Schuhe drin machen kann. Ja, da passen ihre kleinen Schuhchen da drin. Weil sie braucht halt zwei Paar Schuhe. Für Sport. Für die Halle. Und für draußen. Da kann sie eins links, eins rechts packen. Hier hast du dann rechts auch nochmal so ein Fach. Und dann zusätzlich halt hier so mit so einem Gitter, wo du halt drin gucken kannst. Und dann kannst du das hier so komplett aufmachen. Na komm, geh auf. Ach, hier ist noch der Griff drin. Kann man auch gleich mal rausziehen hier. So, Papier weg. So, und dann machen wir den hier einfach mal hier fest. So, dann hat sie dann auch einen Griff für die Sporttasche zum Umhängen. Der Boden ist schön hart. Da ist was Hartes drin. Kann man auch rausnehmen. Macht so an sich einen sehr wertigen Eindruck. Das freut mich. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen dünnerer Stoff. Ich bin da jetzt sehr positiv überrascht, dass das jetzt so ein dickerer Stoff ist. Und ich habe gerade mal für die bezahlt 14,99€ glaube ich. Ja. Quadratimware. Boah, ich habe meine Brille nicht auf. Rosé. Alt. Anthrazit. Weiß. Wo ist denn da Weiß mit drin? Ach, hier außenrum. Naja, okay. Also das ist so wenig. Das hätte man natürlich nicht mit drauf schreiben müssen. Aber naja. Da habe ich bezahlt 14,47€ habe ich dafür bezahlt. Kann man jetzt sehen. 14,47€ habe ich dafür bezahlt. Ja, das müsste jetzt auch relativ eigentlich alle gewesen sein. Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen halt auch noch die Bassbox für unterwegs werde ich dann noch testen. Ich habe hier noch alle liegen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht zum Wegfahren gekommen. Ich werde das natürlich probieren. Dann könnt ihr mich da auch wieder anschreiben und fragen, wie es mir schmeckt. Und mit welchem Mischungsverhältnis ich das gemischt habe, dass es schmeckt. Weil bei Kirsche habe ich schon gemerkt, Kirsche musste definitiv weniger als das Schnapsglas, was ich von Drachenfrucht, Litchi und Kaktusfei gewöhnt bin. Bei Kirsche musst du ein Stück weniger machen. Damit das auch vernünftig schmeckt und nicht zu süß ist. So. Ja, das war es doch schon wieder. Dann würde ich mich jetzt hier schon mal verabschieden. Ihr könnt euch die nächsten Tage darauf freuen, wenn ich ein Video mache und euch mein neues Auto vorstellen werde. Und auch mit euch dann wieder einen Autofahrvlog machen werde. Und Spiele habe ich auch noch, die ich mit euch anspielen will und gucken will, wie die sind. Aber das werde ich jetzt in den nächsten Tagen nicht schaffen. Morgen das Auto anmelden, mein Auto ausräumen, noch den Rest und das Radio ausbauen. Das ist halt nur eine zu tun. Also Samstag ist ja Stammtisch und so. Vielleicht Freitagabend was, Sonntagabend was. Ich weiß es noch nicht. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.